Auf meinem Divan wird Österreich lebendig. Gelesen von Karin Lischka. Am Klavier Gottlieb Wallisch. Telefontagebuch Ich bin süchtig. Telefonsüchtig. Wenn Hoffmannsthal das Telefon das indiskreteste Instrument genannt hat, so nenne ich es das unmittelbarste und umfassendste. Viele Stunden meines Lebens verbringe und verbrachte ich am Telefon. Sie wissen, dass mir vieles anvertraut wird und oft hat ein Anruf, ein Gespräch, eine Nachricht, eine Bitte, den Anfang, den Höhepunkt oder das Ende schicksalshafter Wendung bedeutet. Diese Telefongespräche, soweit sie mir interessant erschienen, sind mir gegenwärtig. Einzelne Worte erwecken in mir Erinnerungen an Gespräche, Begegnungen, Briefe, die dem Anruf folgten. Wenn man die Flucht ergreift, vergisst man ja meist die notwendigen Dinge und nimmt die überflüssigsten mit. So erging es auch mir. Beim Abschied von Wien ließ ich Wertvolles zurück. Als ich aber in Paris die wenigen mitgeführten Manuskripte und Bücher auspackte, fiel mir als erstes mein Wiener Telefonbüchel in die Hand. Wer hatte die stupide Idee gehabt, dieses nun Toteste aller Bücher einzupacken? Zufall? Gibt es das? War es nicht vielmehr das Spiel geheimnisvoller Kräfte, deren Willkür wir unbewusst gehorchen? Wenn, dann war es eine mitleidige Kraft gewesen, die mir mein Telefonbüchel ins Flüchtlingsgepäck geschoben hatte. Heimatlos ehrt Erinnerung zur Heimat zurück. Röderung Röderung Röderung